Kora Schumacher liebt ihren Körper und hat keine Probleme damit, ihre Kurven auf der Erotik-Plattform Onlyfans zu präsentieren. Vor Jahren ließ sich Kora Schumacher, 46, bereits einmal freizügig ablichten. Kurz nach der Scheidung von Ralf Schumacher, 47, im Jahr 2015, erschien die Moderatorin in einer Ausgabe des Männermagazins Playboy. Jetzt hat sich Kora Schumacher einen Account auf der Erotik-Plattform Onlyfans erstellt und postet dort erotische Schnappschüsse. Kora Schumacher fühlt sich mit 46 Jahren pudelwohl in ihrer Haut. Im Interview mit der BILD spricht Kora Schumacher darüber, was sie zu diesem Schritt verleitet hat. Ich bin 46 Jahre alt und fühle mich jetzt wieder pudelwohl in meiner Haut. Warum sollte ich nicht das eine oder andere oben ohne Foto nicht mit der Öffentlichkeit teilen und zeigen, wie wohl ich mich wieder in meiner Haut fühle? Kora Schumacher möchte sich auf der Plattform freizügig zeigen. Jedoch sollen die Bilder definitiv ästhetisch bleiben. Sie gibt zu, dass sie auch manchmal bei den Bildern etwas nachhelfe. Ich stehe wenigstens dazu und lege mir auch mal einen, auch mal öfter einen Filter auf, wenn ich mich nicht gut fühle. Wofür sind die denn sonst da? Kora Schumacher Wieso geht das bei Männern und bei Frauen ist das wieder mal tabu? Mehrere Stars besitzen mittlerweile einen Account auf Onlyfans und verdienen mit den Bildern zusätzlich Geld. Um die verführerischen Bilder von Kora Schumacher zu sehen, muss man für das monatliche Abonnement 29,99 Dollar zahlen. Kora Schumacher meint, dass für Frauen ein Doppelstandard gelte. Schließlich zeigten sich Männer ständig und andauernd oben ohne in allen Netzwerken. Für sie seien diese Bilder auch sexuell sehr anreizend, jedoch werde bei Männern oben herum nichts zensiert. Wieso geht das bei Männern und bei Frauen ist das wieder mal tabu? Fragt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin. Kora Schumacher litt unter verfrühten Wechseljahren. Kora Schumacher zeigt heute selbstbewusst ihren Körper. Allerdings erzählt sie auch, dass die Wechseljahre ihr schwer zu schaffen machten. Ich bin verfrüht in die Wechseljahre gekommen, wusste erst gar nicht, was mit mir überhaupt los war, sagt der TV-Star. Sie sei auseinandergegangen wie eine Quarktasche und habe sich gefühlt wie Spongebob kurz vor dem Explodieren. Ihr Selbstwertgefühl litt unter den körperlichen Veränderungen und auch emotional ging es ihr nicht gut. Meine Laune war miserabel, leicht depressiv. Im Winter ist das zwar nichts Ungewöhnliches, aber die Situation verbesserte sich auch nicht im Frühling, berichtet die Mutter eines Sohnes. Nach dem Besuch bei einer Frauenärztin und persönlich dosierten biologischen Hormonen fand sie aber die Liebe zu sich selbst wieder. Vielleicht findet sie auch bald wieder die Liebe in einem Mann. Ich habe auch wieder Lust auf Männer und date aktuell auch wieder. Mal den einen, mal den anderen. Ich muss mich ja nicht aktuell festlegen. Ich bin Single und habe Spaß am Leben. Und bis Mr. Right kommt, kann ich mich weiter ausprobieren.